Herzlich Willkommen zu diesem neuen Video von meinem Kanal und es soll eigentlich nur ein kurzes Infovideo werden und natürlich schlägt nämlich gleich, ähm, dann wird es ein bisschen Action geladen, das Infovideo, auf jeden Fall möchte ich zwei Themen ansprechen, und zwar einmal gibt es, werde ich, ähm, Social Media wechseln und andererseits werde ich auch, äh, ich hab halt zurück, und andererseits habe ich jetzt auch einen Upload, Plan überlegt, und zwar aus dem einfachen Grund, da ich, jetzt sage ich, was die Schule bei mir jetzt wieder anfängt, also heute ist Montag, nehme ich das auf, ab morgen beginnt bei mir wieder die Schule, muss ich nach mehreren Monaten wieder, okay, gut, ich bin aktuell nicht eingespielt, scheiße, und das heißt, dann muss ich zum ersten Mal wieder in die Schule gehen, und, das heißt natürlich dann auch für mich weniger Zeit online, dass ich weniger Zeit online bin, weniger Zeit zum zocken und alles, und, deswegen habe ich mir jetzt folgenden Uploadplan überlegt, und zwar geplant ist, dass jeden Samstag ein neues Video online kommen soll, ähm, man weiß ja, wie das bei YouTube ist, bei Uploadplan, kommt dann, ja, ich hab's doch nicht geschafft, kommt morgen das Video, und, das heißt, ich hab mich jetzt entschieden, mich für diesen Uploadplan entschieden, ich hoffe, ich kann den gut, soweit es geht, auch einhalten, und, ich bin schon, ich bin halt, komm, bin ich eingespielt, das ist ein bisschen, Müll, ähm, so, regeneriert, und er nimmt net Perl, so, und dann als zweiten Punkt, für heute habe ich geplant, Social Media wechseln, zweimal wechseln, ich haupt, eigentlich war bis jetzt Instagram, da, wo ich ein bisschen noch aktiv war, probiere ich vielleicht ein bisschen beizuhalten, man kam jetzt schon lange nichts mehr über Instagram, und, aber ich hab mich jetzt dazu entschieden, zu Twitter zu wechseln, weil für mich das einfach viel, viel einfacher ist, ähm, und wenn ich gleich tot bin, dann kann ich mal ganz kurz zeigen, wie ich auf YouTube heiße, Autoklicker angeschaltet, okay, ähm, ja, dann kann ich euch mal ganz kurz zeigen, wie ihr mich auf Twitter findet, eigentlich, ich springe einfach runter, sollte jetzt, na, weiß nicht, ach, schau, ist drauf, meine KD ist eh schon immer, so, und zwar, ihr geht einfach auf Twitter, und geht dann auch, ähm, gebt ihn hier oben ein, The Danny Craft YouTube, und, ja, da hab ich auch schon hier einen, gepinnten, Tweet gemacht, und zwar hier führt das giveaway, die zwei Retweets, tatsächlich, drei, oh, wir haben drei Follower, tatsächlich schon, und tatsächlich, da absolut umsteigen, werdet auch immer, wenn ich ein Video hochladen, eine Benachrichtigung machen, und alles, und, ne, das war's eigentlich mit dem, kurzen Infovideo, und natürlich ist jetzt was rausgegangen, natürlich, dankeschön, und, ja, das war's mit diesem kurzen Infovideo, macht's gut, bis zum nächsten Mal, ciao, Leute.